herr gott 1 unglaublich schwierige geburt aber hat geklappt wie ich wollte es ist wieder alles schwarz hier doch nicht die räume werden auch mal größer was ist denn jetzt los alter verwalter das ist das denn Ach wie geil Was geht denn jetzt ab? Alter Was ist jetzt los? Ich leuchte Warum leuchte ich? Warum leuchte ich? Was zum Rot Blau Gelb Was zum Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert? Ich habe vorhin noch was Ich habe mich aufgesogen, oder? Just you And the voices in your head Hello? Who is this? Who are you and how are you on this frequency? Sir, this is a private government channel I don't know how you're broadcasting out here But what you're doing is illegal What is your name? You people scrub my name out of my head All I am is a number you gave me 919 And you can pretend all you want But now he knows the truth No faith Just facts Hello 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 Listen to me I have no idea who that person is Whatever he's been saying to you You need to ignore it If he contacts you again Just blank it out I'll contact mission control And find out what the hell is going on I'm orbiting out of range But remember Your mission is everything The entire world is depending on you Aha, okay Da ist wohl irgendjemand in unserer Leitung drinne Der da nichts zu suchen hat Wie ich das verstehe, oder? Na, dass das Spiel nicht auf Deutsch ist Das ist wirklich ein Problem bei mir Aber gut Ich werde das irgendwie mal nachlesen Auf Wikipedia oder sowas Worum es da genau geht im Endeffekt Aber In erster Linie geht's ja auch hier nur um die Rätsel Ui Jetzt geht's schräg runter So Was folgt wohl als nächstes? Warte mal, wir gehen mal hier vorbei Ich bin immer die Hoffnung, dass ich irgendwie Na, schade Dass ich vielleicht doch einen versteckten Raum wieder finde Oh, okay Kurzer Cut Das Spiel hat hier irgendwie kurz geladen So, jetzt haben wir hier Auch jetzt haben wir hier diese Kugeln, ne? Ach cool, jetzt kann ich die Jetzt kann ich die, ähm Jetzt kann ich die einfärben Das ist ja geil Ah, jetzt ist Rot wieder drinne Okay Coole Sache Ja, geil Jetzt bin ich derjenige, der da quasi bestimmt Welche Farbe Die kriegen Jetzt brauch ich mich schon gelb Ja, okay Cool, ey Das ist genial Ich würde mal Ich würde wirklich mal Oh Okay Sofort Das erinnert mich sofort auch an Zelda Ocarina of Time Der Gang, wo du in Im Waldsempel den Gang verdrehen kannst Das erinnert mich sofort hier dran Oh, schade Wir drehen uns nicht mit Der Raum ist nur verdreht Oh 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 Oh, ja, ja Jetzt werden hier sämtliche Geschütze aufgefahren Okay, gut Wo kommt die Kugel raus? Ach, von da Ah, okay Gut Ja, ich denke mir Wir brauchen wahrscheinlich gelb hier, oder? Ne, stop Wir brauchen Blau Wahrscheinlich Und wir brauchen rot Genau Play Zack So, und da brauchen wir dann auf jeden Fall gelb für Oder ne, vielleicht brauche ich da auch Vielleicht brauche ich da ja auch wieder rot Ne, warte mal Am besten wäre doch hier auch wieder blau Weil dann kriegt ihr den da drüber Ah, da muss ich ja schnell Muss ja richtig schnell sein Also was ist denn, wenn ich jetzt Wenn ich jetzt hier gelb draus mache Das geht ja Ah, es geht ja auch Warte mal Das wird ja auch gehen Nämlich einfach Der ist ja eh schon unten Ich klicke den jetzt rüber So Wenn der da drauf kommt Komm einfach hoch Und es reicht gar nicht Ah, toll So ein Scheiß Warte mal Kann ich die resetten irgendwo? Jetzt habe ich ja meine Farben verbraucht Das ist ja jetzt doof Das ist ja jetzt doof Das ist ja jetzt doof Zack Achso, ich habe den falschen hochgefahren Ich doof, ich doof kopf Zack, nochmal play, bitte Na gut, die Kugel Und jetzt Nochmal und go Ah, fuck Zu spät Okay, Timing etwas schlecht Nochmal So nochmal Und den roten Jetzt Und, warte, wo ist die Kugel? Da ist sie Ja, jetzt stimmt Sauber Den falschen rausgefahren Das hatte ich gar nicht gesehen So, okay Passt Äh, hallo? Achso Uh Drehen, 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 drehen Ach, hey Jetzt auch noch mit Lila, äh, mit rosa Lila, lila, rosa Mit pink, egal So wahrscheinlich Ich brauch das hier Oder? Ähm Äh Okay Sekunde Drehen das mal Dann machen wir uns mal rot dahin Nehmen wir einfach mal blau hierfür Gucken Passt Ich war jetzt gelb da Na gut Hä Wow Der Raum ist lebendig Cool Musik ist auch sehr, sehr gut Sehr cool Schön ruhig Das finde ich Ist echt ein Plus für das Spiel Muss man nicht sagen Ich hätte hier auch mal gelb Wahrscheinlich Fliegst du von selber nach rechts Fliegst du von selber nach rechts? Ne, fliegst du nicht Dann müssen wir dich wohl drehen Machen wir das so Machen wir das so Wollen wir uns gelb Oder hätten wir noch rot nehmen können Ist eigentlich egal Obso das Ding ist drinne So, dann brauchen wir wahrscheinlich wieder rot Äh Rot Lila Ich muss da oben hin Das heißt Wir drehen den Raum wieder mal Drehen den noch einmal Holen uns gelb Fahren den dann direkt raus Und wieder zurückdrehen Ah, unsere Handschuhe sehen ganz schön cool aus jetzt So leuchtend Ziemlich geil aus So Jetzt haben wir hier wieder Ja, ich brauche eigentlich wieder nur gelb, ne Ein paar gelb Den rausfahren Und dann hier Warte mal Drehen 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 Zurück Müsst du jetzt eigentlich von selber da reinrollen Oder nicht Und tut er das nicht Warum rollst du nicht von selber da rein Ich probere jetzt nochmal Gucken Oder warte mal Kann ich das nicht Vielleicht mit Ruhe sogar machen Ach nee Das ist nur der in der Mitte da, ne Ja, das bringt ja auch keinen Das bringt mir auch keinen Aber ich denke mal So ist es doch wahrscheinlich richtig, oder Ich brauche da den Da den gelben Oder muss ich den so ausfahren Ne, das kann ja nicht sein Es muss Es muss so sein Aber vielleicht hat es gar nicht funktioniert Nochmal Zack Ne, ne Das muss doch so sein Arzt mal Was ist jetzt, wenn ich hier den roten mache Wie hoch Wie weit kriegst du ihn hochgefahren Nein, du bist dahin Das bringt ja auch nichts Oder warte Ah doch, warte mal Klar Warte mal Kurz tauschen Ich brauche da mal gerade das gelb Und da das rot Hallo Das rot bitte So Den rausfahren Den rausfahren Und dann nochmal drehen So Ah, siehste Ja, soviel dazu Bringt es auch nichts Ja Ja, im Endeffekt Äh Das ist alles scheiße Nochmal So Wieso funktioniert das denn nicht Was mache ich denn falsch Habe ich irgendwo einen Denkfehler oder sowas Probieren wir es mal so Indem ich einfach mal den roten da lasse Ich könnte auch versuchen den vielleicht Da hinkullern zu lassen Der rollt ja jetzt darüber Zack Ah Da war mein Fehler Alles klar Okay Ich dachte schon Irgendwie Da kann ja nicht Was nicht Nicht so ganz stimmen So Und hier habe ich jetzt Warte Da hätt ich Gelb, ne Ne Ist falsch Da rot Raus, 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 raus Da blau Da den Dreher So Ich Ne, warte mal Ich dreh mal Zurück Zurück, zurück, zurück Guck raus Ah, okay Ja 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 So geht's doch, oder? Ja Da halt auch von selber Jetzt da rein Mach's mir kompliziert Als ich will Theoretisch Ding gar nicht gebraucht Das hätte auch Das hätte auch von selber gemacht Naja gut, egal Passt schon Wir haben's geschafft The ball Okay Fingers crossed You're hearing this The man on your radio This 919 person Mission control Say that seven years ago They had a space shuttle malfunction And fall out of orbit The shuttle's name was 919 They lost contact It drifted out into deep space And everyone assumed The astronaut on board Was dead It's possible That his suit Kept him alive There's a photosynthetic layer Just like yours That converts light Into proteins and oxygen But they didn't think It could last that long The astronaut's name Was Jonathan Burns And if he is Jonathan Burns He's been alone in the dark For a very, very long time He'll be confused He may not know where he is Or who he is Here we go I'm orbiting out of range I'm warning you Deep space and isolation Destroy the mind Don't listen to that voice Ja So Was ist los? Hm? Okay Ich dachte da wäre was gewesen Ja und ich würde sagen Wenn wir jetzt oben sind Werden wir dann auch mal Für heute Ende machen Jetzt hab ich hier alle Farben Sogar grün hab ich Gut nichtsdestotrotz Beenden wir den Part jetzt Für heute Ich bedanke mich Auf Wiedersehen Für's Zuschauen bei euch Ja lasst mir doch mal Einen Kommentar da Oder like das Video Damit ich weiß Ob euch das gefallen hat Und ja Damit sag ich dann Bis zum nächsten Mal Wenn es heißt Cube Mit Q Nicht mit C Tschüss Sektor 1 Sektor 1 Sektor 1 Sektor 1 Sektor 1 Das ist so cute.